es war unsterblicher alter mann natürlich hat sich der gruppe angeschlossen die kaiserlichen gerade es ist ein gut aber könnte ich von ja weggehen schade sonst hätte ich nämlich das hätte ich nämlich gesagt wir gehen jetzt hier auf screen raus trainieren und so nicht trainieren aber lernen noch die ganzen letzten sachen ja so wie sieht es mir level mäßig aus was neues bekommen ich wusste es den elfenbogen konnte ich mir schon herstellen aber ich habe es natürlich nicht gemacht weil ich vielleicht irgendwie so ein verdacht hatte ja irgendwann kommt er mal mit so ein dinge nummer ecco linksort so 46 bis gut es wird immer noch einheit an ich sage es noch mal so kavalier und sterblicher alter mann dann auch noch mal wieder damit rum ums tausende tode gestorben jetzt mal wieder von den toten aufgestanden ok kappen schwan vorsicht zu dass du ihn kämpfen beleidigt sind die bedürfnisse zu decken ok da ist der tour da kommen wir ja ich war ein speicherpunkt übrigens schon nicht hier rausgehen kann gott müssen wir anders so langsam ich wohne ganz blöde fähigkeit irgendwie ausgerüstet irgendwie sowas jedenfalls ich bin blind da mein gott klingen mord ich glaube ich muss mit angriffen es ist mir ein bisschen zu langsam vor allem die angewiesen voll schnell da ich habe ja auch noch nicht also hier sind keine magie und so die wieder alles ja hoch erinnert werden nämlich sehr so klappt das nicht sind irgendwie so ein ding jetzt hier weiß ich nicht ich habe eine fähigkeit die wahrscheinlich schwere angst vor langsam machen aber verstärken nämlich jetzt mal fällt mir nicht da ist ein bisschen zu langsam auch man kann ja mal weg gehen von au du ich habe lieber so anhand so also ich bin weit genug entfernt ist man so nah an den daran ich mach schon ich mach schon schaden damit nehmen wenn ich treffe ich habe alle ab äh 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 das ist ein bisschen zu krass langsam mal ehrlich das ist ein bisschen zu lang aber ich muss mal ja wenn es gibt habe ich gesehen die angriffsstärke stil ändern solche sachen die ich ausgerüstet habe oder exklusive abwehr verärzten da war jetzt hier ein intervall auf normal angriff beschränkt ja ne das wäre ein bisschen zu krass wenn du mich fragst da stärke dann ja magier da auch aber da kommen wir so da kommen wir so da kommen wir so äh 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 wie naja da habe ich schon was soll ich damit was soll ich denn damit so ausgerüstet glaube ich ja so muss ja meine bedürftige zu befriedigen was aber nur ich mache ganz kurz gucken so sachen bürgen 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 zweitform castellos hast du doch schon alles ne ja dann kann man aber dinge davon herstellen aber schon das habe ich auch noch nicht ja sowieso erst mit dem elfenbogen herumlaufen erst mal aber ich fühle mich erst sich aber nicht irgendwie ein speichelpunkt hat ne boah also ja nur so nebenbei bitte nicht so viele gegner wenn es geht danke bischof zum magier mit dem wagen oder so viele sagt mich gab es ein bisschen schneller ja okay das ist doch schon viel besser du bist ein magier sich gerade ja gerade so gab es mit 666 ich kann aber vom weiten angessen kannst du das ja aber so mir vorbeikommen sie nicht ich bewege mich nicht ja mein gott der ist größer habe ich voll verbiere da kann ich euch frei in einer reihe von einem kerl schafft es nicht die blöde spinne da einzuholen ich habe das tod und auch erst bis dort natürlich wieder weglaufen was noch über der hp weiß ich wiederum mich immer und immer wieder aber das ist so eine bescheuert funktionen er hat hat erfunden jetzt war ganz ehrlich warum er dachte er hat eine gute idee da habe ich immer gerne speichelpunkt haben der hof ich will wala da na ja moしかして pottya 森リタッチも俺様のためにないってくれちゃった Das ist gar nicht so! Wer ist das für dich? Nein, ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin ein Schocker. Aber... Ich bin wirklich... Ich bin... Reib... ... ... ... ... ... ... ... Wettel. Deswegen! ... Lass sie was von sp ... ich bin ich sehr effektiv ich bin pfeile gegen vogel das ist sehr effektiv hier ohne raptor jahr hat nicht julev wieso ging die gegner irgendwas aber abzuwehren danke aber ja was zum wer war das fertig naja sind ja auch zu zauber genau ich vergesse es manchmal und damit die gegner ja nur erledigen warum habe ich auch meine die hälfte meiner klöpfe keine handel muss man mal üben sowieso erst immer am ende spielt sie die ganzen angriffen raus und fertig belegt und so wenn man nicht mehr neues lernen und so weit kommen wir immer wieder neue sachen dazu und dann muss ich schon wieder irgendwie um ändern irgendwann habe ich ja alle angriffen hoffentlich ich habe festlegen auf irgendwelche bestimmt angriffen das war schweigpunkt bitte wirklich fest und herakles schon eine vor allem ich habe zu hier japan w Hmm, deswegen habe ich das Gefühl, dass ich es so gemacht habe. Aber warum muss ich das so秘密 sein? Ich habe, wie lange ich den Fehl verabschiedet habe, sehr gut. Vielleicht ist es nicht so, dass ich 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 es. Es ist eigentlich, dass ich es, Alexei, um es zu machen. Insofern ist es, dass ich mein Ziel für mich? Es ist auch ein guter Ort, was ich. was war speicherung bitte jetzt mal ganz ehrlich wahrscheinlich genauso davor nein okay gut die guten heils speichert punkt meine ich natürlich natürlich sehr dolle da geht es weiter unter nah daneben voll peinlich trank des lebens ja super ich habe gerade eingekauft müssen oder ich bin schon wieder ganz weit weg mit dem kopf so truhe limit trunk neue waffen bitte oder ausrüstung er wird speichert punkt los hat wenn schon eine stunde dran geht so nicht man da ich komme wieder zu im paar zu werden das dann aufschießen das dann aufschießen これほど国 war neinから大丈夫よ どうして heraqlesの中央 rvが流れてるもん aber auch gerade festgestimmt es geht das aufschießen sage ich doch Gaspalost jetzt kann ich wahrscheinlich im schreien kaputt machen achte noch kohle ring des sexes m3 so jetzt kann man ja neue orte kunden wahrscheinlich die männlich vorgehensweise ich habe mir die ich habe zu gehen ich habe mir etwas ich habe mir das ich habe mir das ich habe mir das ja du bist ja schon schütze du tust ja schon auf sachen schießen mann direkt kaputt machen was wenn ich euch jetzt abschließend explodieren nein schade 3 na komm schon ich bin unbesiegbar reflex ist nicht normalerweise eine stärksten klamotten ich habe jetzt nicht aufgepasst für wen es hat juri carol und flynn juri juri ist gerade nicht im team zum glück bin ich so paranoid und durchsuche alles sehr schön damit den aufzug da kommen wir wieder nach oben nämlich an oder ist gar kein aufzug was war warum sollte ich nach ihren kaputt machen wenn er gar nichts ist oder meinten die dator ja irgendwo hier muss jetzt noch mal ein speichern punkt sein kann ich mich hier ausruhen sind leute drin ich traue mich nicht zu schlafen dann und also bohe nach dem aufsagen ich hätte aber gerne was was die zauberspruch zeit verringert also allgemein so schön ist natürlich direkt davor du blöd bist wie ich wuschig ist natürlich genau davor und muss mir den weg blockieren ne naja ehrlich auf botan so kommen wir ja naja ich bin dann so optimistin ein aufweg der frist hat der gtl war was los aus dieser eine super heilungs zauber ja die vitalisierung glaube ich wir brauchen mal wieder unsere heilerin zu gestern die muss man gerettet werden geht so nicht ein bisschen abend ran so habe ich meine wir haben jetzt schon genug charakter wie so ein bisschen heilen können raven carol hat die kann halt schon so ein bisschen heilen aber trotzdem schlenkelchen über so wer lohnt es nicht in der truhe wäre das ist irgendwie eine neue rüstung oder irgendwie so was ich kann auch liebesweil ja ja sagt naja reisen spitze ich brauchen eisenbein ich brauche mehr reisen bei den reisen mit flennen so Ja, oder? Natürlich. Ja, genau. Ja, genau. Ich würde sagen, was ich? Nein. Es ist genug. Ich habe mich nicht verletzt. Das ist toll. Das ist toll. Ich würde sagen, dass Yurli etwas zu tun, aber ich würde sagen, Yurli. Ich würde sagen, Yurli. Ich würde sagen, Yurli. Ich würde sagen, Yurli. Ich würde sagen, ich würde sagen. Ich würde sagen, dass Yurli zusammengefasst haben. Das ist meine Logik. Nein, mein Ding ist weg. Da ist mein ernsthaft, ich brauche mal so einen Speicher. Ich will meinen Partner hinne. Trankes! heiliger tank mein gott weil ich hab's auch bock weiter zu spielen aber so ein langer part muss ja jetzt auch nicht seine guckt ist ja niemand angucken sich doch schon so leute nicht dieses projekt an sorggefühl da war es hier drin sprecher punkt noch der katz ihn und da sieht aus das ist ein paar hinten wieso nicht Was ist das? Haben wir jetzt schon zweimal gesagt, wir haben keine Ahnung, wort es ist? Was ist wahr? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's nicht so. Es tut mir leid, Karol. Du bist so leid. Ich glaube, ich glaube, das ist der Mann. Ich glaube, das ist der Schüben. Ich glaube, er ist der Schüben. Du hast mich nicht wissen, dass du nicht so ein Schüben warst? Ich hatte das erste Mal, dass ich etwas anders war. Aber ich glaube, dass er Schüben warst, dass er nicht so ein Schüben warst. Das ist ein Schüben-Polannes Mann. Wer ist das Schüben? präsentiert was wollte ich damit sagen ich bin es nicht wert es ist das noch zum platz hat und zwei plassen bewegen das gibt es jetzt einfach nicht wird ja immer größer so von da bin ich gekommen weil es hier unten mit der sackgasse du stehst genau davor natürlich ich komme aber an zitronen gummi noch mal da noch leiter ich wusste es wird dann wieder dem über langer partner also kann ich jetzt auch nicht mehr ändern also jetzt spielen wir kein kein ding es gibt dann muss ich auch nicht sagen machen wir mal okay was bringt mir das jetzt hallo wenn der part viel zu lang wird da werde ich auf jeden fall schneiden also jetzt wirklich noch anderthalb stunde oder so wie geht er dann war schon 16 minuten noch da habe ich nicht hin also ja irgendwann wenn ich dann schon schneiden wie es ausschaut so dann müssen wir da lang ich würde sagen ok ja finster trug war da was ich habe es nicht gesehen ob es vollkommen sauer warte mal und da kam ich es ist ein ganz fettel daran der sagt es ist kaputt okay lassen aber da draußen man kann mich nicht von ihr das ist eine truhe doch aber dann immer nur so ehrlich kein bock wenn ich bin noch relativ gut gelebt dann fühle ich mich nicht sicher wenn ich noch nicht weiß dass ihr irgendwo ein speicherpunkt ist oder so ich wollte ja von den schätzen ist jetzt nicht gerade gut also wir können ja heiligen schöne kaufen und jetzt ja nicht nur in truhen drin sein kannst du aus immer mal ausspricht warum starker wandel gritsch vormalang es war wenn sich über die anzeigen in der kampfgruppe schützen war ein cool so in den mecken in die wort versteckt ist da ist aber schon über zwei wege nach oben leckerei geführt bei ist zum gleichen ort so fettes stück fettes stück mit dem ganzen weg gelaufen ganz schönen weg gelaufen wo bin ich jetzt wir gehen übrigens die dings aus irgendwann sehen ob ich noch jetzt bin ich ja oben alles klar und da ist eine kiste wird meine leiter ja da was mache ich mit kiste aber es hat hier zum kontroläum höchste sicherheitsschule im fahrer fahrungsbasier einer wand anhalten lassen können mit stark kraft zerstört werden achtung das ja zerstört ins vorgesetzten melden okay ich nehme jetzt erstmal erwarten ich verstehe okay ich verstehe ich verstehe es auch gut ist ja gut ich nehme eine kiste ja weil ich schmeiße sie auf der platte ja drauf wieso totaler ira war so viel und da ist der speicherpunkt nachdem ich muss erstmal alles kaputt machen ist klar dann werde ich mit dem speichern belohnt jetzt klar ich muss ja immer mit diesem kisten machen musst du ja so richtig abtreiben oder irgendwie so weit noch hat sehen ja ich werde definitiv verschneidet dauert jetzt lasst jetzt 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 Was? Was ist das? Wenn ein Frenn ist, dann wird es ein Frenn. Das hat Yüri gesagt. Das ist... Beispielsweise, wenn ein Frenn für Yüri ein Frenn wäre, dann würde Yüri nicht schützt. Wenn ein Frenn wäre, dann wäre es ein Frenn. Ein Frenn wäre ein Frenn. Ein Frenn wäre ein Frenn. Aber wenn ich wirklich nicht so mache, dann würde ich es. Ist das wirklich? Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Das war der Zeit, dass er sich so fühlte, aber es gab keine Angst. Ich glaube... Aber... dass das Frenn ist... ein Frenn. calculation. Es gab nicht so viele Schmerzl, weil ich sehle genommen hatte, weil mir das Schmerzl, noch nicht so viel Geburtstag. Ich glaube, weil ich mich nicht so schnell dafür fühlte. Obwohl ich mich nicht stetsche. Das heißt, ob ich dich nicht so schnell verweil kann. wenn ich diesen Schmerzlern würde, dann würde ich unsereência. Ich würde mich nicht verletzten, es würde ich nicht mehr wissen. Ich würde nur für dich nur so nicht kommen. Ja, ich will nur noch etwas wünschen, aber... Es ist ja... Frenn ist auch stark. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, aber... Aber... Danke, Patty. Ich habe einen Schraub mit einem Schraub, zu leben und zu leben. Hm... so wie vielleicht eifried so als habe ich hier eine leite eingepackt jetzt wenn ich wieder hier ist klar okay ich will es mindestens bis zum speichern erschaffen ich meine hallo das ist die stehen aber echt sehr gemein daher jetzt mal hier weg stempel des wächters das ist definitiv warte mal ein haar daneben h noch drei gott carol was neues zum lernen ich bin mir ziemlich sicher stempel ist vielleicht das haben wir noch nicht ja gott das war wissen was man mit diesen kisten machen müssen müssen die dinge crashen da schon wieder so ein dingen da ist hier unten gar nichts was warum dann gehen wir ja runter gott ich muss dann irgendwann den aufzug da oben so richtig irgendwie platzieren habe ich so gefühlt getroffen schon wieder heiliger trank abgelaufen dann halten wir ihn da ist noch so ein ding ob gott wie muss ich ihn hat noch er halt warte ich da nicht von hier aus ist ja nicht direkt darüber nein ja ich bin seit erst wahrscheinlich dahin bewegen war ehrlich da muss ich hier machen warum ist hier so ein dingen ich habe eine bocke bauen oder irgendwie so hat kann ich einfach drauf schießen haben wir sich hier machen wenn ein bisschen aber fort im moment um die dinger damit kann ich nichts erreichen doch viel zu kompliziert auf den ersten blicke kann ich hier dinge irgendwo darunter schießen damit ich die irgendwie schieben kann oder so und kann man irgendwie so ein ding in steuern da so bestimmt erstmal ja soweit sein packen ich muss da gar nicht ich glaube ich muss da gar nicht anhalten ich muss einfach nur zu bewegen bringen ja ich dachte erst dass ich das erste mal aktiviert hat dass ich da irgendwie bewegen muss und dann eine bestimmten stelle anhalten muss aber nee das ist viel einfacher okay gott aber wenn unten ist hat oder so jetzt muss ich das hier irgendwie abschließen wenn das genau da drüber ist zu weit das muss ungefähr hier seien glaube ich hier so aha noch zwei da ist ein schalter glaube ich naja wenn ich ein bisschen war fragt muss ich hier machen warum ist hier so ein ding ja von grund haben dass hier ein ding ist ne ich kann auch nicht herausziehen oder sohne und man kann ja auch nicht gut dann immer mal zurück ein bisschen so im moment bin ich noch ein bisschen überfragt mit den anderen beiden aber gehen wir erst mal ein bisschen zurück würde ich sagen na ok ich habe noch gar nicht gesehen ob da oben sich noch was bewegt wenn der aufzug an ist ja ich muss das gäbe noch kaputt machen war nicht hier da wirklich kaputt er kann mit starken kraft zerstört werden achten dass das störung des vorgesetzten melden ja wirklich kaputt wir sind dann irgendwo so boxen die ich darauf packen kann wird jetzt langsam klappt mit den heiligen trinken jetzt bin ich hier jetzt brauche ich über den ganzen weg zurück das wird es mir ja nichts immer ich das kaputt kann ich irgendjemand ein schwert oder so raus und das ding kaputt hauen mit so voll einfach machen muss irgendwie ein kampf in der nähe auslösen und kann ich das dann im kampf kaputt machen oder was du jetzt im kampf verlegen das hat jetzt hier irgendwo kam ist man nicht an dass ich den typen erledigen muss oder so ne wenn wir was zu machen was jetzt auf einmal geht es doch kaputt war aber schon drei viermal drauf geschossen da geht man weg da der wurde entsperrt alles klar da ist kein ist da unten es kann jetzt da unten irgendwas machen weil man kann ich dann konnte einfach von aus abschießen ich habe so eine verdacht weil ich hier machen muss wo sind die gegner hier da ehrlich ist gerade abgelaufen das gibt es jetzt nicht ein schuss abgefeuert und abgehauen so ich nehme jetzt mal an das ist ein aufzug da geht nach oben wenn ich schon da da muss ich dann jetzt da hinschieben nehme ich jetzt mal an ja dann was gleich geschaffen haben den speicherpunkt erreicht hey hey also aber war sehr jetzt komme ich hier um die ecke und ich schieb das ding nach unten pass auf bonk sah haben wir da ich will sagen wir erst mal spreche punkt gott erledigt jetzt kann man weiter glaube ich weiß nicht frage jetzt wie komme ich noch mal ein hier wo habe ich da unten eigentlich schon den ort wenn er hat man ruhig hin muss doch wo muss ich jetzt noch mal hin da oben 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 ich weiß ich weiß ich weiß wie er ist gut danke braucht nicht schreiben also ist klar ja so hier war das ja schon wenn man kopf ganz wandert klingt nach heilung ja gott sachen lernen werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen aber mal gucken und da würde ich sagen ich beende den part jetzt meine ich hier wird auf jeden fall geschnitten in zwei parts da bin ich mir ziemlich sicher und ja dann sage ich dankeschön für zusagen ich hoffe euch hat aber weil wenn ja das noch bitte ein abo oder ein kommentar dazu würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten fall wieder tschau